Es gibt viele Menschen, die ein schweres Schicksal zu tragen haben. Und doch bewundere ich jene, wie sie damit fertig war. Wie das Mädchen Bianca, die kleine Bianca, ist ein schönes Kind. Sie hat noch nie die Sonne gesehen, denn das Mädchen ist blind. Mit Humor und Frohsinn meistert sie ihr Leben. Ja, sie wird von allen geliebt, weil sie uns ein Beispiel gibt. Es gibt viele Menschen, die behindert sind. Sie verzweifeln und meinen, dass das Leben nichts bringt. So mancher, der glaubt, man braucht ihn nicht mehr. Glaub an dich selbst, nimm es nicht so schwer. Beweis deinen Freunden, dass Mitleid zu nichts führt. Es wäre für dich besser, du wirst akzeptiert. Mach es wie Bianca, die so viel Selbstvertrauen hat. Sie nimmt alles wichtig. Sie nimmt alles wichtig. Bei ihr, da zählt jeder Tag. Trotz ihrem Schicksal wird auf die Zukunft gebaut. Ja, sie ist so glücklich, weil sie fest an sich selbst glaubt. Die kleine Bianca ist ein schönes Kind. Sie hat noch nie die Sonne gesehen, denn das Mädchen ist blind. Mit Humor und Frohsinn meistert sie ihr Leben. Ja, sie wird von allen geliebt, weil sie uns ein Beispiel gibt. Die kleine Bianca ist ein schönes Kind. Sie hat noch nie die Sonne gesehen, denn das Mädchen ist blind. Mit Humor und Frohsinn meistert sie ihr Leben. Ja, sie wird von allen geliebt, weil sie uns ein Beispiel gibt. und von allen geliebt sind sie ihr Leben.